In Georgiens Hauptstadt hat es wütende Proteste gegeben, nachdem ein religiöses Kunstwerk, auf dem auch Josef Stalin zu sehen ist, mit Farbe beschmiert worden war. Eine Frau zog die Wut von Fans des sowjetischen Diktators auf sich, weil sie ein Video des Vorfalls in einer Kathedrale von Tbilisi veröffentlicht hatte. Auf der religiösen Ikone der orthodoxen Kirche ist der aus Georgien stammende, äußerst umstrittene Josef Stalin neben der heiligen Matrona von Moskau zu sehen.